ah ja kann eventuell sein moinsen erst mal kann eventuell sein dass das heute vielleicht ein kürzerer stream werden könnte weil ich fühle mich momentan noch nicht so hundertprozentig irgendwie auf den damen der körper ist irgendwie nicht auf der höchstleistung gerade ich hatte mich vor kurzem da booster impfen lassen und aber reingehauen war leider nicht so wie die zweite impfung hatte ich nur kurz schüttelt die booster impfungen die hat mich erst mal umgehauen kam mir vor als wenn ich unter die räder bekommen wäre und momentan fühle ich mich auch noch nicht so voll da mir geht es zwar wieder besser habe keine kopfschmerzen und so ein shit leiste aber irgendwie ist doch noch alles hier ein bisschen anstrengend sollte übrigens by the way jetzt alles flüssiger laufen eigentlich weil ich hatte nämlich beim letzten mal ich hatte ja irgendwann mal dann ausprobiert was mit den grafikeinstellungen da hatte ich dann glaube ich hier bin ich von ultra albtraum genau wo alles hier mit ultra albtraum war bin ich ja dann runter gegangen auf ultra habe aber nicht auf an änderung anwenden dann gedrückt was ich nicht gemerkt habe war der speicherverbrauch der war ja bei ultra albtraum also den höchsten einstellungen bei ich glaube irgendwas mit 5700 megabyte sind das megabyte ich weiß nicht warum da ein i steht aber ich gehe mal davon aus dass es megabyte sind und als ich dann nur auf ultra gegangen bin also zwei stufen niedriger ist es dann plötzlich auf ich glaube 6400 megabyte gesprungen was überhaupt gar keinen sinn ergibt weil wann ist es so wenn du die die grafikeinstellungen niedriger hast dass du dann plötzlich mehr speicher verbrauchst hä wo ist denn da die logik bitte wo ich dann hier dingensbums die standardwiederherstellung da gemacht hab war der automatisch wieder bei hoch abgesehen von schattenqualität das war bei ultra und dann habe ich gesehen oh hey ich hab wieder die zahl da oben stehen wie vorher auch und danach war auch wieder alles besser am laufen glaube ich zumindest ich konnte das nicht unbedingt so richtig in der testaufnahme sehen wie vorher auch aber an den stellen wo ich was gesehen hatte war danach alles flüssig also kann sein dass es jetzt wieder läuft hoffentlich ich versuche zwar darauf zu achten bei ob es aber das auch leichter gesagt als getan erklärt aber bei der way warum ich habe bei der way grad was vergessen ich habe gesehen dass das eine arena ist so habe eine kleine sache vergessen gehabt noch zu machen aber wo ich gerade sagen verdammt was wollte ich gerade sagen steht ihr habt ihr doch vergessen ach genau stimmt auslastung würde es ein bisschen erklären warum ob es zum beispiel aber nichts gesagt hat aber dennoch dass im stream so krass zu sehen gewesen war nicht weil ob es scheinbar ausgelastet war dass ich habe zwar gesehen gehabt dass die dass der encoded ganz kurz mal überlastet gewesen sein wohl musste aber dann hätte auch der gleichzeitig dann hätte das programm mir gleichzeitig auch gesagt hey wir haben hier gerade massenhaft ausgelassene frames das war aber nicht der fall der grund war wohl in dem fall ja die grafikkarte war nicht in schuld der 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 programm war nicht in schuld das spiel war in schuld ich vermute einfach mal dass das spiel wohl mit dem ich vermute mal mit dem mit dem starten des dlcs wohl irgendwas in den ja in der datei reingeschrieben hat wissen das irgendwas in die datei reingeschrieben hat vielleicht wo die grafikeinstellungen sind und hat dann gemeint jetzt haben wir ein update gemacht oder zb ja jetzt haben wir du hast das dlc dann schreiben wir mal neue dateien hier rein oder zb informationen ja genau dass das machen wir jetzt mal eben fix und haben dann quasi doppelte einstellungen drin gehabt sprich du hast dann quasi die einstellung für hoch und plötzlich dann die einstellung für ultra albtraum drinne was überhaupt gar keinen sinn ergibt weil dadurch dann ich dann zwei einstellungen drin habe das oder irgendwas anderes ist schief gelaufen keine ahnung okay ich werde jetzt die gegner haben was habe ich denn da für ein bloodmaker die bloodmaker ist ein schwerer dämon der bei aktiven schild unverwundbar ist während schwere angriffe sind die schilde deaktiviert und der kopf wird zum schwachpunkt schießt auf den kopf und die bloodmaker sofort zu töten also ähnlich wie die anderen komischen dinger wo auch nur der kopf zerstörbar ist nur dass der hier jetzt ein schild hat und ein speer okay während schwerer angriffe okay schweren angriff so was wie die sniper oder was oder wieder was oder oder wie jetzt genau nee wenn der einen angriff machen will das sieht nämlich so aus als wenn er einen angriff macht und dann kann ich ihn treffen wenn wir ja gleich sehen wenn wir ja gleich sehen hi wie geht's denn so okay das war easy ah nein okay wenn er einen angriff macht scheinbar es scheint besser zu sein jetzt ne ah ich komm grad mit den tasten durcheinander ah vielleicht muss ich hier doch noch irgendwas machen irgendwas meine ich hier nämlich gerade zu sehen ah so ein bisschen ist hier was ne ja warte mal so ein bisschen ist da gerade was glaube ich da habe ich mir schon gedacht zur not mache ich da nämlich einfach dann das hier das müsste eigentlich die ganzen probleme jetzt lösen no wait what doch nicht hä okay habe ich einen in der waffel weil wenn ich mich jetzt um sehe sorry dass ich das jetzt hier so mache ich konnte das leider in der testaufnahme nicht ausprobieren das kann ich leider nur im stream wenn ich mich nämlich um sehe dann sehe ich dass das ein ganz klein wenig am ruckeln ist nicht bei mir sondern in obs warte mal ganz kurz ich guck mal in meinem eigenen stream rein nur um zu wissen was da gerade abgeht wie komme ich dann noch mal hin ah kanal oh hey da ist meine frisalie da ist meine frisalie da ist meine frisalie da ist meine frisalie muss ich eine gute posies finden oh das muss ich eine gute posies finden ok nehme die ok nehme die ok nehme die ok 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 kann theoretisch besser sein jetzt doch an sich sein jetzt doch an sich ja ich glaube schon ich mach mal meinen stream aus der nervt langsam die menschen so tschüss das ist so verwirrend wenn man sich selber darauf einmal mehrfach hört keine ahnung ob ihr das jetzt gerade auch hören konnte bestimmt denke ich mir mal aber nervig gut hoffentlich jetzt ohne irgendwelchen technischen problemen hoffentlich ich weiß aber echt nicht warum das auf einmal hier so der fall ist ich habe nämlich das auch in dingenswurms ausprobiert im hauptspiel das hauptspiel macht überhaupt gar keine probleme also weiß der geier was die mit dem dlc gemacht haben weiß der geier was die mit dem dlc gemacht haben auf jeden fall haben die dafür gesorgt dass da alles irgendwie ziemlich durcheinander geraten ist scheinbar nehmen wir das ding da war so in den bund konnte ich gerade nicht schießen weiß der geier warum ich meine wenn so ganz 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 klein wenig das irgendwie rüberkommt als wenn er keine gute mal eben aus der wand gesprungen klein wenig so wirkt als wenn das hier nicht 60 frames oder so wäre ist das ja glaube ich nicht weiter schlimm so lange das flüssig ist und nicht quasi so am legen ist wie beim letzten mal sollte man vielleicht auf die karte gucken okay ich habe nichts übersehen jetzt da weiter ja komische quallen deren einziger daseinsgrund ist quasi auf die drauf zu springen und danach zu explodieren nein das ist egal damit kann ich ihn auch kennen stell mal vor irgend so ein idiot kommt die auf einmal da entgegen und wirft dir eine haftgranate an den kopf warum erschießt du mich nicht einfach warum wirfst du mir eine granate an die bühne das wird halt ha nein mein sind salios hey da ist ja einer nervt nicht ich habe gerade einen typen aus dem himmel zu holen wie geht's denn so jetzt ist da gerade neben mir vorbeigesprungen hier ist kein boden auch mir geht's gut und hier so wobei ich ein bisschen angeschlagen noch bin aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut das ist ein besessener okay ich kann den mankyo bus oh nö 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 das wollte ich nicht egal high five oh nö ist auch noch schlangen sagen mal könnt ihr mir ein bisschen zeit geben ich habe gerade zu tun mit dem typen blau da hinten ich hasse diese schlangen vor allen dingen wenn die einen angreifen und man aus irgendeinem grund wie so ein ping pong ball durch die gegend fliegt hi ach warte mal genau stimmt bei dem typen kann ich einfach einen raketenwerfer benutzen ich werde gleich was anderes besessenes haben und das was besessen werden könnte gefällt mir jetzt schon nicht ja die schlange das ist ja jetzt mal richtig mies wobei warte mal vielleicht kann ich die auch mit dem wo bin ich wo bin ich warum ist eine stein säule da guckt mal ganz kurz nach links um zu schauen ob wirklich alles normal ist aber trifft mich nicht danke genau benutzt den flammenwerfer in der sekunde wo er todes macht echt sehr viel sinn vorausgesetzt du hattest vorm barbie hier zu veranstalten oder lässt aber ich oh mein gott holy ok das ich glaube ich gehe mal sterben oder wäre vielleicht besser dann ich wieder volle gesundheit habe die zeit die man hat um den anzugreifen ist wirklich sehr großzügig aber wenn der einen trifft dann holy moly ist das übel weg mit dir weg mit dir weg mit dir weg mit dir Nein, 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 ja, nein, nein, nicht den Mancubus. Äh, ich glaube, ich bin tot, äh, tot, bin aber doch nicht. Für eine Sekunde kann ich noch überleben. Irgendwo. Oh, hi. Ah, ähm, ah, äh. Bye. Oh, Gesundheit. Ihr, geiler Treffer. Weißt du, was nervigste bei, bei Shootern ist eigentlich immer eins, vor allen Dingen, wenn du so krass mobile sein kannst, wie in diesem Spiel. Wenn du keine Ahnung hast, wie die Umgebung aussieht, dann latscht du permanent gegen Wände. Aber das ist nur halt so eine Sache war, alles Unbekanntes. Sobald man weiß, wie das alles aussieht, ist es umso besser. Habe ich halt bei Dingenswumms gesehen, als ich die, ähm, Kampagne wieder gespielt hatte, um mich so ein bisschen aufzuwärmen. So manche Herausforderung hatte ich einfach mit dem ersten Versuch hinbekommen, weil ich halt wusste, was da auf mich wartet. Oh, Schlange. Weg hier, weg, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, hallo. Zum Beispiel. Kannst du mal nicht einen auf Bodyguard machen, das wär echt geil von dir. Was? Okay, der Zombie hat mich einfach nur blöd angeguckt, schon bin ich umgekippt. Mann, wieso heiz ich mich auf einmal gerade so auf? Na komm, steig empor und lass dir eine neue Frisur geben. Ah, okay, dann halt nicht. Hi, da ist der Typ in blau. Willst du mal eine Faust sehen? Das war alles suboptimal. Na komm schon, Goldlöckchen. Ich bin hier oben. Sommer. Kannst du jemand anderen highfiven. Ich kann mich ja irren, aber ich glaube, ich habe von dem gerade nicht den Kopf getroffen. Aber okay, ich meine, tot ist tot. Ich beschwere mich nicht. Da ist eine Wand. Nicht so weit weg. Aufsparen sollte ich mir das lieber, weil ich will nicht haben. Da ist Dingensbums. Komische grüne Fläche, da will ich lieber nicht reingehen. Midi-Pack mitnehmen und gleichzeitig Schaden kriegen. Nee, ist nicht gesund. Oh, hi. Hast du keine Rüstung? Nee, doch, du hattest Rüstung, aber die ist Fujikato mehr oder weniger. Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt sind wir wenigstens tot. Oh, hey, hey, da ist wieder so ein Engeltieren. Toll. Hau mal ab, hau mal ab. Geh mal weg. Komm. Steig im Po oder gib mal das hier. Verdammt. What? Oh, hau ab. Gott, das ist hier vielleicht ein verwinkelter Mist. Schlange. Da ist die Schlange. Okay, einer weg. Und zweiter weg. Oh, hey, ein Engel war's. Und noch einer. Und noch einer. Ähm, Problem. Wo geh ich hin? War hier nicht ein Portal irgendwo? Oh, hi. Wie konnte ich das gerade überleben? Könnt ihr mal nach oben kommen? Das wäre echt geil. Oh, ja, klar. Und jetzt gibt mir auch noch so einen Marauder. Hier unten. Ja, what the f... Are you fucking kidding me? Das Beste, was ich machen könnte, wäre... ...den Tyrann erstmal ausschalten, glaube ich. Oh, wenn ich nicht so genau weiß, wie. Ich glaube, ich habe den Marauder gerade gehört. Wo bin ich? Oh, hi, hallo. Wie geht's denn so? Ich muss hier drü- Oh, mein Gott. Deren Ernst? Einen Tyrann plus so einen Marauder. Oh, nee. Oh, Mann. Das kann ja was werden. Wollen ich so anstrengend, wie alles gerade momentan irgendwie für mich ist? Oh. Naja, wird schon irgendwie. Hoffentlich. Schieß dich mit deinem Besen. Geh in die Luft. Ich glaube, du bist gerade in die Luft gegangen. Ja. Oh, wait, what? Wait, what? Was hast du... Oh, no. Okay, der Geist spawnt also separat. Das ist nice to know. Ich dachte, der Gegner würde schon besessen spawnen, aber nope. Das ist nicht der Fall. Ich habe vergessen. Oh, ich hänge fest. Oh, Dreck. Die Waffe ist leer. Oh, hallo. Oh, bye. 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 Diese Schlange. Ich hasse die so sehr. Wow, what was that denn? Das ist ein neuer Angriff von denen. Nicht schießen. Fliegen. Thanks. Da kommt wieder der Marathon-Sportler. Ja klar, greift den Zombie an, der 5 Kilometer weiter woanders ist. Echt jetzt? Spiel? Was hatte ich eigentlich für ne... Kann ich die ändern? Oh, ist das normal. Kann ich die ändern? Wenn deine Gesundheit bei 75 oder... Oh. Da muss ich ja mit Absicht Damage kriegen. Das ist ja... Gut, ich meine, bei wie vielen Gegnern kannst du das eigentlich machen? Du kannst bei dem Archanoiden, bei dem Revenant und bei den Maraudern das machen. Mehr nicht. Das hier theoretisch hat mehr... Ups. Das hier hat theoretisch mehr Nutzen, aber ich weiß nicht wann ich das nutzen kann, weil dazu müsste ich weniger als 75 Gesundheitspunkte haben. Ja. Äh, wird schon irgendwie schief gehen. Buh, klar. Da steht der schon wieder direkt vor mir. Ich will zwar die Schlange treffen, aber nope. Die Schlange ist uninteressant. Hey, das ist die andere. Oh oh. Oh, schön, dass du direkt hier bist. Kann ich dich mal eben erledigen. Au. Und mich gleich mit? Durch was? Was hat mich da so arg getroffen? Oh, okay. Der da. Ich will mir vielleicht die BFG aufsparen für den Tyrannen. Nein, nach unten. Oh. Dammit. Wo bin ich hier? Oh, hallo. Wie geht's denn so? Tolles Wetter, oder? WTF? Ist der gerade in Altersschwäche gestorben? Oder warum ist der einfach umgefallen? Ach, Dreck. Oh. Da noch einen erwischt. Gib mir den Typen. Ich bin so gut wie tot und das ist gar nicht gut. Oh. Gib mir irgendwas hier. Marauder. 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 Lass mich doch nur die Sprungfläche betreten. Oh man. Okay.